Herzlich willkommen auf der Schulungsseite der Schulung SAP Grundlagen Erste Schritte. Sie wollen gerne von Grund auf lernen, wie Sie die Programmiersprache ABAP richtig benutzen? In diesem Drei-Tage-Seminar erkläre ich Ihnen alles, was Sie dazu wissen müssen. Sie werden lernen, was SAP zunächst einmal überhaupt ist. Damit meine ich nicht die Firma, sondern das Programm. Wir werden uns damit beschäftigen, in welchem Kontext wir uns überhaupt bewegen, wenn wir aber programmieren wollen. Denn im Gegensatz zu Java gibt es hier einige Restriktionen. Außerdem werden wir von Null an alle Grundlagen der Programmiersprache behandeln. Das heißt, Sie werden eine Einführung in die Entwicklungsumgebung bekommen. Sie werden sehr schnell erste eigene Programme schreiben und die Syntax der Programmiersprache von Anfang an lernen. Wir werden außerdem das Datenkonzept der Programmiersprache behandeln. Wir werden uns über die wichtigen Kontrollstrukturen unterhalten. Und zu guter Letzt werde ich Ihnen viele, viele praktische Tipps mitgeben, die ich aus jahrelanger eigener Erfahrung als SAP Consultant selbst sammeln durfte. Wenn Sie aber von Grund auf lernen möchten, ist das die richtige Schulung für Sie. Es werden keine Vorkenntnisse benötigt. Und Sie können direkt auf dieser Schulungsseite Ihre Teilnahme oder die Teilnahme Ihrer Mitarbeiter buchen. Ich freue mich, Sie bald als Kunden in meiner Schulung begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen auf der Schulungsseite der Schulung Erfolgsfaktor Selbstverantwortung. Was heißt Selbstverantwortung überhaupt und was ist das überhaupt? Wenn Sie in Ihrem Leben erfolgreich sein möchten, ist eine Sache zwingend notwendig, dass Sie sich selbst Tag für Tag weiterentwickeln, Ihre Persönlichkeit entwickeln und jeden Tag besser werden, als Sie es zuvor waren. Doch wie klappt das überhaupt? Was ist wichtig, damit das gelingt? Das ist wichtig, damit Sie sich selbst damit überdecken, weil Sie im Mittelpunkt haben, dass Sie im Kabupunkt der hereinhalb organzeichieren müssen,